Viele Köpfe denken mehr als einer. Bei der DATEV-Community können Besucher ihre Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig helfen. Offene Fragen werden aber nicht nur von der Community diskutiert, auch DATEV-Experten helfen. Fast alle Beiträge sind öffentlich. Erst wenn Sie selbst aktiv teilnehmen und Inhalte verfassen wollen, müssen Sie sich anmelden. In diesem Video erhalten Sie Tipps zur DATEV-Community und zu den neuen Login-Möglichkeiten. Fragen können Sie gleich auf der Startseite in den Eingabeschlitz schreiben. Dabei wird geprüft, ob diese Frage bereits vorhanden ist und gegebenenfalls gleich zur Auswahl vorgeschlagen. Ist sie neu, wird sie automatisch zum Titel einer neuen Frage. Darüber hinaus können Sie natürlich auch in den jeweiligen Bereichen oder Gruppen eine Frage stellen oder eine Diskussion eröffnen. Feedback geben. Inhalte können mit Gefällt mir, Hilfreich oder Stimmt jetzt als richtige Antwort markieren, versehen werden. Mit Ihrem Feedback steigern Sie die Qualität der Inhalte. Up-to-date sein. Sie möchten immer aktuell informiert sein? Dann folgen Sie einfach Bereichen, Gruppen, Themen oder einzelnen Personen. Bei Fragen, die Sie selbst gestellt oder beantwortet haben, werden Sie automatisch benachrichtigt. Login wählen. Um sich bei der DATEV-Community zu registrieren und anzumelden, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse, um sich zu registrieren. Alternativ können Sie sich mit Ihrem Facebook- oder Google-Account anmelden. Auch mit einer DATEV-Smartcard oder einem DATEV-MyDentity-Stick ist eine Registrierung möglich. Alle Login-Möglichkeiten lassen sich mit einem Account verknüpfen und können gleichwertig genutzt werden. So gelangen Sie jederzeit schnell zur DATEV-Community und befinden sich auch schon mitten in den Diskussionen, können Fragen stellen oder anderen helfen, indem Sie Fragen beantworten. DATEV-Community 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 Untertitelung des ZDF, 2020